Florian Silbereisen und Melissa Naschenweng sind zweifellos eines der Traumpaare der deutschsprachigen Musikszene. Seitdem ihre Beziehung öffentlich bekannt wurde, haben sie ihre Fans mit ihrer Liebe und ihrem gemeinsamen Glück begeistert. Doch kürzlich sorgte eine Ankündigung für besonders große Aufregung und Freude. In einem intimen Moment, den das Paar mit engen Freunden und Familie teilte, enthüllten sie eine Nachricht, die alle Anwesenden zu Tränen rührte und die Fans in Begeisterung versetzte. An einem idyllischen Nachmittag, in einem charmanten Landhaus in der Nähe von Salzburg, hatte das Paar eine kleine, aber bedeutungsvolle Zusammenkunft geplant. Nur ihre engsten Freunde und Familienmitglieder waren eingeladen, und einen gemütlichen Tag zu genießen. Die Atmosphäre war warm und herzlich, das Haus liebevoll dekoriert mit Blumen und Kerzen. Es war offensichtlich, dass etwas Besonderes bevorstand. Florian, in einem eleganten, aber lägeren Outfit, und Melissa, die in einem strahlenden weißen Kleid glänzte, begrüßten ihre Gäste herzlich. Die beiden wirkten überglücklich und strahlten eine besondere Vorfreude aus. Sie führten ihre Gäste in den gemütlichen Saalung des Hauses, wo bereits ein Kaminfeuer knisterte und eine entspannte, intime Atmosphäre schuf. Nach einem köstlichen Essen und einigen liebevollen Ansprachen von Freunden und Familie, in denen die Beziehung und das Glück des Paares gefeiert wurden, ergriff Florian das Wort. Mit einem breiten Lächeln und einem Funken Aufregung in den Augen stand er auf und bat um die Aufmerksamkeit aller. Liebe Familie, liebe Freunde, begann er, seine Stimme klar und voller Emotionen. Melissa und ich sind so dankbar, dass ihr heute hier seid, und diesen besonderen Tag mit uns zu teilen. Wir haben euch hierher eingeladen, weil wir etwas Wundervolles mit euch teilen möchten. Die Anwesenden schauten gespannt zu, als Florian Melissas Hand nahm und sie neben sich stellte. Melissa lächelte und sah Florian voller Liebe an, während er fortfuhr, unsere Reise zusammen war bisher unglaublich. Wir haben so viele wunderbare Momente geteilt und uns gegenseitig unterstützt. Heute möchten wir euch etwas erzählen, das unser Leben für immer verändern wird. Eine gespannte Stille breitete sich im Raum aus, als Florian eine kleine Pause machte und tief durchatmete. Dann, mit einem sanften Lächeln, fuhr er fort, Melissa und ich werden Eltern. Die Reaktionen waren überwältigend. Freude und Überraschung erfüllten den Raum, als die Gäste applaudierten und das Paar mit Glückwünschen überhäuften. Melissa, die sichtlich bewegt war, hielt ihre Hand auf ihren kleinen, aber sichtbaren Babybauch und konnte die Tränen der Freude kaum zurückhalten. Doch Florian war noch nicht fertig. Mit einem schelmischen Lächeln fügte er hinzu, aber das ist noch nicht alles. Wir haben noch eine Überraschung für euch. Die Gäste hielten den Atem an, neugierig auf das, was noch kommen würde. Florian lächelte Melissa an, bevor er die große Nachricht enthüllte, wir erwarten nicht nur ein Baby, sondern Zwillinge. Die Reaktion war überwältigend. Die Freude im Raum war förmlich greifbar, als die Gäste jubelten und das Paar umarmten. Es war ein Moment voller Emotionen, Lachen und Freudentränen. Florian und Melissa strahlten vor Glück und konnten ihre Aufregung kaum zurückhalten. Wir sind so überwältigt und glücklich, sagte Melissa, als sie ihre Freude mit den Gästen teilte. Zwillinge, wir hätten uns nichts Schöneres wünschen können. Es ist ein doppeltes Glück und wir freuen uns so sehr darauf, diese Reise als Familie zu beginnen. Florian, der sichtlich gerührt war, fügte hinzu, es ist ein großes Abenteuer und wir sind so dankbar, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen können. Wir wissen, dass es Herausforderungen geben wird, aber wir sind bereit und freuen uns auf jedes einzelne Erlebnis. Die Partie ging in eine fröhliche Feier über, bei der die Gäste die glücklichen Neuigkeiten des Paares ausgiebig feierten. Es wurden Toasts auf die Zukunft der Familie Silbereisen-Naschenfeng ausgesprochen und es gab viele Umarmungen und Glückwünsche. Die Liebe und Unterstützung, die Florian und Melissa von ihren Freunden und ihrer Familie erhielten, war überwältigend. Während der Feier nahm Florian Melissa beiseite und in einem ruhigen Moment miteinander zu sprechen. Sie saßen zusammen in einem gemütlichen Sessel, weg von der Menge, und sahen sich tief in die Augen. Ich kann es immer noch nicht glauben, sagte Melissa leise, ihre Hand auf ihrem Bauch. Zwillinge, das wird eine große Herausforderung, aber auch das größte Abenteuer unseres Lebens. Florian nickte und legte seine Hand auf ihre. Ich weiß, es wird nicht immer einfach sein, antwortete er sanft. Aber ich bin so glücklich, dass ich diese Reise mit dir an meiner Seite machen kann. Du bist die Liebe meines Lebens, und ich weiß, dass wir das gemeinsam schaffen werden. Unsere Familie wird großartig sein. Melissa lächelte und lehnte sich an Florian. Ich habe nie gedacht, dass ich so viel Glück haben könnte, sagte sie, mit dir, unseren Kindern. Es ist mehr, als ich mir je erträumt habe. Florian küsste sie sanft auf die Stirn und flüsterte, wir werden das Beste daraus machen, Melissa. Wir werden eine wunderbare Familie sein. Der Abend war voller Liebe und Freude, und als die Feier zu Ende ging, gingen Florian und Melissa Hand in Hand nach draußen, begleitet von den besten Wünschen ihrer Freunde und Familie. Die Nachricht von den Zwillingen verbreitete sich schnell in den sozialen Medien, und die Fans des Paares waren begeistert. Überall wurde die glückliche Nachricht geteilt, und die Fans drückten ihre Freude und Unterstützung aus. Herzlichen Glückwunsch, Florian und Melissa. Zwillinge, was für ein wunderbares Geschenk, schrieb ein Firma auf Instagram. Ein anderer fügte hinzu, so eine großartige Nachricht. Ich bin so glücklich für euch beide und wünsche euch alles Gute für diese aufregende Reise. Florian und Melissa waren überwältigt von der positiven Resonanz und den vielen Glückwünschen, die sie erhielten. In einem kurzen Startment bedankte sich Florian bei den Fans, wir sind so dankbar für all die Liebe und Unterstützung, die wir erfahren haben. Diese Neuigkeiten sind ein großes Geschenk, und wir freuen uns auf die Zukunft als Familie. Melissa fügte hinzu, wir können es kaum erwarten, unsere Zwillinge in die Welt zu bringen und diese neue Phase unseres Lebens zu beginnen. Danke an alle, die uns auf diesem Weg unterstützen. Mit diesen wunderbaren Neuigkeiten beginnt für Florian Silbereisen und Melissa Naschenweng ein neues Kapitel in ihrem Leben. Die Aussicht, Eltern von Zwillingen zu werden, ist sowohl aufregend als auch herausfordernd, doch die beiden sind fest entschlossen, diese Reise gemeinsam zu meistern. Ihre Liebe und ihr gegenseitiges Vertrauen werden sie durch die kommenden Monate tragen, und die Fans sind gespannt, wie sich diese wunderschöne Liebesgeschichte weiterentwickelt. Es ist klar, dass Florian und Melissa eine starke und liebevolle Familie sein werden, und die Fans können es kaum erwarten, mehr über ihre Reise zu erfahren. Die Ankündigung der Zwillinge ist das Sahnehäubchen auf ihrer bereits beeindruckenden Beziehung, und die Welt freut sich auf die wunderbaren Abenteuer, die vor ihnen liegen.